Hallo Leute, heute ich vorstelle euch Fürstentum Lichtenstein. Lichtenstein-Ei hat 37.810 Einwohner. Die Amtssprache ist Deutsch. Die Bevölkerungsdichte ist von 236 Einwohner pro Pfadatkilometer. Lichtenstein ist ein Fürstentum. Die Hauptstadt von Lichtenstein ist Vaduz. Lichtenstein hat elf Gemeinden. Es gibt keine Städte. Lichtenstein ist eine konstitutionelle Monarchie. Der Prinz Lichtensteins ist Lanz Haddam II. Der Prinz Regierend ist der Prinz Alois von Lichtenstein, der Hans Adams Sohn. Der Chef der Regierung ist Adrian Hasler. In Lichtenstein wir können nicht fliegen, aber wir können mit den Bahnen zu reisen, weil wir mit die österreichische Bundesbahnen reisen können. Die österreichische Bundesbahn macht die Zugverbindung zwischen Österreich und der Schweiz und erfahrt in Lichtenstein durch. Das Leitwort Lichtensteins ist Fürgott, Fürst und Vaterland. Der Nationalhymne heißt Oben am Jungen Rhein. Das Wappen bildet am 1. Viertel das Wappen von Schlesien ab. Das 2. Viertel bildet das Wappen von Künringer ab. Das 3. Viertel bildet das Wappen von Erzogtum Tropau ab. Das 4. Viertel bildet das Wappen von Grafschaft Rittberg ab. In dem Hunden des Wappen bildet die Stadt Wappen von Erzogtum Jegendorf. In dem Mittel des Wappen wird Können der Wappenschild von Lichtensteinischem Hause zu sehen. Das 4. Viertel bildet das Wappen von Erzogtum Jegendorf. Das 4. Viertel bildet das Wappen von Erzogtum Jegendorf. Das 4. Viertel bildet das Wappen von Erzogtum Jegendorf.